O beste Vater, Herr der Welt, der alle schuf und auch erhält, erhöhre, knä die Glunzer flehen und lass uns deine Warmen sehen. Dir wollen wir, o Herr, vertrauen, auf dich all unsere Hoffnung bauen, der alles nirrt, was da lebt, was kriecht und in den Lüften schwebt. Du öffnest hier in deine Hand, schmückst selbst der Lilie Prachtgewand, wie konntest du, o Vater, mild, vergessen uns dein Ebenbild. Ich begrüße Sie alle wieder ganz herzlich von der St. Martinuskirche aus, unserem Gottesdienst. Wir wollen beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir befinden uns heute auf der Empore der Kirche, deswegen dieser Hintergrund. Aber ich glaube, es lohnt auch einmal, das blaue Fenster zu sehen. Sie alle kennen wahrscheinlich das Lied von Reinhard May, Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. So könnte man die Stimmung Jesu im heutigen Evangelium umschreiben. Jesus verabschiedet sich, nicht ohne die Seinen an seiner Gemütslage teilnehmen zu lassen. Er vertraut den Seinen seine Sendung an und hat auch Sorge um den zukünftigen Weg. Seine Sorge weht bis in unsere Tage herüber. So wollen wir uns öffnen auf seine sorgende und besorgte Gegenwart. Lasst uns beten. Gott, öffne uns die Augen. Mach weit unseren Blick und unser Inneres, damit wir sehen können, was wir noch nicht erkennen. Gott, öffne uns die Ohren. Mach uns hellhörig und aufmerksam, damit wir hören können, was wir nicht verstehen. Gott, gib uns ein vertrauensvolles Herz, das sich deinem Wort und deiner Treue überlässt und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. Gott, wir wissen, dass wir nur leben, wenn wir uns vor dir rufen und verändern lassen. Amen. Amen. Du rufst uns her an deinen Tisch und schenkst uns Sünderlein. Wir hören, Herr, dein Gott ist die Kraft, wie das Neue schafft. Herr, dein Wort ist die Kraft, die das Neue schafft. Wir hören, Herr, auf dein Gebot, du schickst uns in die Welt. Lass alle deinen Frieden sehen, dazu sind wir bestellt. Herr, dein Wort ist die Kraft, die den Frieden schafft. Herr, dein Wort ist die Kraft, die den Frieden schafft. Lesung aus der Apostelgeschichte In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Er steht im Buch der Psalmen, sein Amt soll ein anderer erhalten. Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging. Angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Säuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf, Josef, genannt Bar-Sabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie, Du, Herr, kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das Los über sie, das Los fiel auf Matthäus und er wurde den elf Aposteln zugezählt. Wort des lebendigen Gottes. Magnificat, 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 der Libra mea Domino, Magnificat, 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 Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahre ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sie die Schrift erfülle. Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sind der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Wir freuen die Botschaft unseres Herrn, Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, an diesem siebten Sonntag der Osterzeit. Das gehörte Evangelium ist aus den Abschiedsreden Jesu. In den meisten Ländern übrigens wird heute das Fest Christi Himmelfahrt gefeiert. Insofern hat dieses Evangelium hier, an diesem Sonntag, heute seinen Platz. Aus diesen Abschiedsworten, sie sind eigentlich ein Gebet, lässt sich nur die Sorge Jesu um die Seinen heraushören. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Heilige sie in der Wahrheit. Es sind Worte, die Jesus aus dem Herzen kommen. In ihnen vermögen wir, den Herzschlag Gottes selber wahrzunehmen. Es ist ein Herzschlag der Liebe und der Hingabe für die Menschen. Das zweite Moment seiner Sorge ist seine Sorge um Einheit und Sendung der Seinen. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt seien. Das sind alles sehr intime Worte, die eine mystische Einheit Jesu mit seinem Vater und den Seinen widerspiegeln. In diesem Verhalten Jesu spiegelt sich auch Wesentliches dessen wider, was Religion überhaupt ist. Auf der einen Seite ist Religion etwas Gemeinschaftliches. Die gelebten Hoffnungen und Lebenserfahrungen werden geteilt, ausgetauscht und gefeiert. Dabei wird eine Hoffnung auf Zukunft gestärkt, die gerade nicht in irdischen Vorstellungen aufgeht, sondern diese sprengt und sprengen will. Gerade die Liturgie als die Feier des Gottesdienstes und der Sakramente ist eine Art, eine Feier, zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Ein Ort, eine Feier, die die Möglichkeit gibt, in eine andere Welt einzutreten. Eine Welt, die das Begrenzte erweitert. Jesus drückt dies sehr markant aus. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Damit redet Jesus nicht einer Weltfremdheit die Rede, sondern einer gewissen Widerspenstigkeit der Seinen in der Welt. Mit Welt ist hier jene Welt gemeint, in der Unterdrückung, Diskriminierung und Heuchelei die Menschen knebelt. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu sind nicht dazu in die Welt gesandt, um in dieser Welt aufzugehen, sondern sie im Sinne des Reiches Gottes zu durchsäuern, Licht und Salz in ihr zu sein. Liturgie verändert in diesem Sinne die Welt, weil Gottes Wort in ihr gefeiert wird. Religion ist aber nicht nur etwas Gemeinschaftliches, sondern auch etwas Privates, eine persönliche, private Beziehung zu Gott. Nur weil Jesus diese dichte, mystische, private Beziehung zu Gott hatte, konnte er so handeln, so unerschrocken handeln. Dabei ist diese persönliche Beziehung zu Gott nicht etwas, was man besitzt, sondern immer auch eine Suchbewegung, ein Weg des Fragens, der Verunsicherung, des Findens, aber dann auch der Ort, woraus Kraft und Mut für das Leben geschöpft wird und werden kann. Religion wird hierzu einer humanen Quelle des Lebens oder von Leben. Diese Spiritualität wurde in der Urgemeinde in die Tat umgesetzt. Als es um die Wahl des Nachfolgers von Judas ging, da wurden keine großen Bewerbungsgespräche geführt. Es gab auch kein Machtgerangel um die Nachfolge. Die Wahl wurde durch Gebet und den Rückgriff auf das Leben Jesu vorbereitet. Es ist also nötig, dass einer von denen, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus der Herr bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf, Josef genannt Barthabas mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie, Du, Herr, kennst die Herzen aller. Zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst, dieses Apostelhaben zu übernehmen. Auf diesem Hintergrund kann in der Kirche heute bei Abstimmungen diese Dimension der Versenkung in Gott, die mystische Dimension, nicht vernachlässigt werden. Jesus selbst lebte aus dieser Gottesbeziehung, wie seine Nachfolgerinnen und Nachfolger dann. Dadurch hatte das Christusereignis eine Zukunft. Zunächst kamen, wie wir in der Lesung gehört haben, 120 Schwestern und Brüder zusammen, also 10 mal 12, um das ganze Gottesvolk zu repräsentieren. Dann am Pfingsten sollte diese Grenze auf die ganze Welt überschritten werden. Getragen wurde dieser Weg von einer ungeheuren inneren Freude und Geistbewegtheit. Sie sollen, sagte Jesus, meine Freude in Fülle in sich haben. Diese innere Freude befähigte die Apostel, selbst in kerkeraftem Todesdunkel, nicht zu verzagen. Johannes vom Kreuz, ein spanischer Mystiker, hat diese Erfahrung überzeugend in einer Meditation niedergeschrieben. Er schrieb diese Meditation während einer neunmonatigen Kerkeraft, also am tiefsten Punkt seiner Dunkelheit, seiner Demütigungen und der Isolation angelangt. In dieser Extremsituation macht er eine umstürzende Lebens- und Gotteserfahrung. Er findet die Quelle, die ihn für den Rest seines Lebens und Wirkens mit lebendigem Wasser speiste. Diese Quelle weiß er im Herzen eines jeden Menschen nachher verborgen und lädt ein auf das Fließen und Strömen dieser verborgenen Quelle, die in allen Strömen zu lauschen, auch wenn es Nacht ist. Und so schreibt er es nieder. Wohl kenne ich den Quell, der rinnt und fließet, wenn es auch Nacht ist. Verborgen ist im Blick die ewige Quelle, doch weiß ich wohl zu finden ihre Stelle, wenn es auch Nacht ist. Ich weiß, nicht Ursprung hat sie je genommen, doch aller Ursprung ist aus ihr gekommen, wenn es auch Nacht ist. Ich weiß, dass keine Schönheit ihrer gleiche, sie drängt die Erde und die Himmelreiche, wenn es auch Nacht ist. Ins Bodenlose weiß ich, würde gleiten, wer sie beträte, um sie zu durchschreiten, wenn es auch Nacht ist. Niemals hat ihre Klarheit sich verdunkelt und alles Licht weiß ich aus ihr entfunkelt, wenn es auch Nacht ist. Gewaltig weiß ich ihre Ströme eilen, durch Höllen, Himmel und wo Menschen weilen, wenn es auch Nacht ist. Den Wassern, die aus dieser Quelle steigen, wohl weiß ich ihnen alle Macht zu eigen, wenn es auch Nacht ist. Den Strom, zu dem zwei Ströme sich verbinden, weiß ich mit beiden nur zugleich zu finden, wenn es auch Nacht ist. Verborgen rinnt der Quell, auf das wir leben, in dem lebendigen Brot, das uns gegeben, wenn es auch Nacht ist. Hier ruft er die Geschöpfe, dass sie kommen, zu stillen sich und Dunkelheit umschwommen, weil es in der Nacht ist. Als Sehnder Quell, die suche ich nicht vergebens, ich schaue dich in diesem Brot des Lebens, auch wenn es Nacht ist. Amen. 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 Untertitelung. BR 2018 Und so lade ich uns ein, dass wir miteinander das Gebet Jesu und das Vater unterbeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir um den Frieden Gottes bitten. Die Wirklichkeit ist etwas ganz anderes, als wir meinen, dass sie ist. Und diese wirkliche Wirklichkeit, das, was hinter diesem Vordergründigen steht, ist die Erfahrung der Mystik. Im Sinne der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Und so gebt einander dieses Zeichen des Friedens in ihren Familien, zu Hause oder auch wenn sie es sonst antreffen. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. Der Friede des Herrn, sei alle Zeit mit euch. So lasst uns beten. Wo ist dein Gott? Ich denke daran und schütte vor mir meine Seele aus. Ich will in einer Schar einherziehen, ich will in ihr zum Haus Gottes schreiten, im Schall von Jubel und Dank, in festlich wogender Menge. Was bist du bedrückt, meine Seele, und was ächzt du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung in seinem Angesicht. Bei Tag entbietet der Herr seine Huld und in der Nacht ist sein Lied bei mir. Ein Gebet zu Gott meines Lebens, sagen will ich zu Gott meinem Fels, warum hast du mich vergessen, warum muss ich trauernd einhergehen? Was bist du bedrückt, meine Seele, und was ächzt du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, der Rettung meines Angesichts und meinem Gott. Amen. Und so wollen wir um den Segen Gottes bitten. Der Herr sei mit euch. Und so segne und begleite sie, sie und ihre Familien, diese Gotteslebens, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Darf ich Ihnen allen wieder einen guten Sonntag wünschen und darauf hinweisen. Nächster Sonntag ist ja schon Pfingsten. Wir feiern hier einen Lagerfeuergottesdienst am Samstag um 19.30 Uhr neben der Kirche in Pettenville. Wir laden Sie dazu ganz herzlich ein. Deswegen fällt auch der Gottesdienst am Samstagabend hier in der Martinuskirche aus. Am Pfingstsonntag sind die Gottesdienste wie zu den üblichen Zeiten, also um 8.30 Uhr im Thomashaus um 9.45 Uhr hier in der Martinuskirche und um 11.15 Uhr dann in der Heilige Geistkirche in Pettenville. Entschuldigung, dieser Gottesdienst. Um 11.15 Uhr fällt aus, weil er ja am Samstag zuvor schon war. Vielen Dank. Wir beenden wieder diese Feier im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beenden wieder diese Feier im Namen des Vaters. Wir beenden wieder diese Feier im Namen des Vaters. Wir beenden wieder diese Feier im Namen des Vaters. Wir beenden wieder diese Feier im Namen des Vaters.